Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kurzen Informationsvideo. Und zwar geht es um The Legend of Zelda. The Legend of Zelda ist wieder in Angriff genommen worden. Wuhuuu, es gibt nur eine schlechte Nachricht. Und zwar zeige ich euch das jetzt mal kurz hier. Nämlich, das Video ist schon hochgeladen. Den Link findet ihr in der Beschreibung und in den Videos. Äh, ja, hier sind die vom ersten Namen, View-Accounts nicht aktualisieren, äh, neueste Updates hier, bla bla bla. Äh, hier, habe ich schon vor zwei Tagen hochgeladen, alles nicht gelistet. Und man kann es hier vielleicht schon lesen, wenn man schlau ist, es gibt keinen In-Game-Sound. Weil ich nach meiner längeren Pause nicht in der Lage war, den In-Game-Sound auch aufzunehmen. Das war mein eigenes Fail und ich hasse mich tierisch dafür. Und weil ich noch während die Folge gespeiert wurde ein Safe-State gesetzt habe und kein Sicherheits-Safe-State hatte. Futsch. Das heißt, um euch wenigstens ein bisschen Freude zu ergeben, habe ich euch hier die Folgen 16 bis 18 an Cut hochgeladen. Ihr habt 51 Minuten Zeit, oder sogar knapp 52 Minuten Zeit, das anzuschauen. Ich habe da nichts geschnitten, man kann da hören, was ich zwischen einer Folge mache, während einer Aufnahmesession. Wobei ich das eigentlich nicht so interessant finde. Äh, ja, und ihr kriegt drei Folgen geballte Zelda-Power. Und wenn ich mich nicht irre, habe ich schon Folge 19 und 20 auch schon gedreht. Müsste ich dann auch einmal... Die sind alle jetzt ein bisschen länger, werden jetzt auch mal kurz ein bisschen länger sein, die nächsten paar. Weil ich länger nichts was aufgenommen habe und das einfach sein muss. Äh, ja, ich kann euch kurz den Genuss geben. Also, der Link ist unten in der Beschreibung, auch im Video. Scheiß drauf, wo ihr auf dem Video klickt. Einfach, ihr müsstet dann in der Regel auf das Video folgen. Ich klicke es nochmal an, vielleicht hört man dann auch kurz was. Hallo Leute und herzlich willkommen nach... Ja, man hört schon, also es sind überhaupt keine In-Game-Sounds. Wie gesagt, ihr könnt euch die drei Folgen Dauer angucken und keine Ahnung was machen.